Udo Lindenberg hat heute Geburtstag. Er ist einer der bedeutendsten Musiker unserer Zeit. Vor über 50 Jahren hat er seine Heimat in Hamburg gefunden und hier seine musikalische Karriere als Pionier der deutschen Rockmusik gestartet. Seine Popularität hat Udo Lindenberg auch immer eingesetzt, um klare Botschaften zu senden für Freiheit und Toleranz gegen Gewalt und Diskriminierung. Er ist ein außergewöhnlicher Mensch und cooler Typ. Ich hoffe, dass wir ihn bald als Ehrenbürger unserer Stadt begrüßen können. Aber für heute sage ich erst mal, lieber Udo, herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017